Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war kurz davor, deinen Ehemann endlich davon zu überzeugen, dass ihr hierherziehen solltet. Danke, aber ich ziehe das Stadtleben vor. Männer, es ist wirklich so einfach, sie glücklich zu machen. Naja, ich hab vergessen, wie das geht. Oder vielleicht will ich es auch nicht mehr. Was ist los? Bist du noch nicht wach? Bist du noch im Bett und drückst dich an den Hintern deiner Frau? Männer haben es gut. Sie denken einfach nicht so viel über alles nach. In die Bar. Warum bist du da so reingegangen? Was meinst du? Du wusstest, dass dich jeder anstarren würde und dass ich das sehe. Du hast es getan, um mich zu demütigen. Ist das dein Ernst? Es gibt Jäger und Gejagte. Es ist die einzige verdammte Wahrheit auf dieser Welt. Bevor du anlängst, musst du Tiefluft holen. Und sie anhalten bis zum Schuss. Ola? Ein Mädchen aus dem Dorf ist verschwunden. Ab jetzt gibt es nur noch ihn und mich. Es existiert nichts anderes mehr. Oh Scheiße! Die Jacke, los! Oh mein Gott. Ist es gegangen, ohne mir Bescheid zu sagen? Wir hätten nie hierher kommen sollen. Ich werde Paul suchen. Ich muss hier raus. Warum sind sie nicht bei ihr geblieben? Sie ist nicht allein. Die Frauen sind noch da. Oft bezahlen Unschuldige für die Sünder. Dann sind das. Vielen Dank.